Also ich finde, es ist das, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, nämlich, wenn jeder ein bisschen auf sich selber schaut, also das klingt immer so egozentrisch, aber ich finde einfach, wenn jeder ein bisschen auf sich selber schaut und einfach sich dazu äußert, also wir haben schon gesagt, die Führungskraft muss irgendwie so eine Umgebung, ein Milieu, wollte ich sagen, aber eine offene Arbeitsweise schaffen, dass es möglich ist, für Mitarbeiter sich einmal überhaupt zu äußern. Oder dass es, soll ich sagen, grundlegend trauen kann und nicht jedes Mal eine am Deckel kriegt, wenn man was tut. Und dann, bitte, bitte, ist es total wichtig, sag doch, was ist. Ich sehe das oft genug in Teams, du siehst, wie sich der andere windet und sagen, das ist total super, die Aufgabe macht ihm riesig Freude, ist total super. Und das ist so, ich sehe das oft zehn Kilometer gegen einen Wind, das keine Freude macht. Wieso sagst du es denn nicht einfach? Und ich bin dann oft nicht in der Situation sozusagen, das zu äußern, aber man muss halt schon für sich selber einstehen und für sich das rausholen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Dinge. Niemand kann dir helfen, wenn du es nicht sagst, wenn du es nicht irgendwie aufs Tapet bringst. Und je nachdem, wie gut deine schauspielerischen Fähigkeiten sind und wie gut der andere ist im Lesen deiner, was du da bietest, da gibt es natürlich unterschiedliche Talente von Wahrnehmungen, wird der andere das halt nie rausfinden, wenn du immer sagst, dass das so super ist und dir das Freude macht. Und es ist wirklich schwierig. Und ich meine, ein kleiner Punkt auch noch, der manchmal ein Problem darstellen kann. Es gibt manche Mitarbeiter, die haben, die machen was gerne, aber können es nicht gut. Also es ist so ein bisschen immer wieder ein schwieriger Punkt. Aber alles andere steht doch einfach bitte dafür ein. Und das kann man ja schön sagen, so, du nicht böse, denn die Aufgaben der letzten drei Wochen, die waren nicht so aufregend, wie das, was ich das halbe Jahr davor gemacht habe. Das war mein Ding. Dort habe ich Spaß gehabt. Das jetzt, wenn es irgendwie geht, schau, dass du einen anderen für das findest, weil das zahlt mich einfach nicht. Ich finde, wenn man solche Gespräche nicht führen kann, und da, Stichwort, One-on-One-Gespräche, wenn man solche Gespräche nicht führen kann, dann wird es richtig schwierig. Weil, wo soll da, wir sprechen oft über Vertrauen, wir sprechen über viele Sachen. Team ist ja genau die Geschichte, die du erwähnt hast. Du musst halt für dich selber Verantwortung übernehmen, was du machen möchtest, was du kannst, was dir eben Freude macht, wo du denkst, dass du einen positiven Beitrag für das Team leisten kannst.